So meine Lieben, ich mache jetzt mal einen kleinen Einblick in unseren Alltag, also Samstagvormittag, ganz heimlich, Putztag, also halt Karl zum Fenster putzen, ich filme mal, er weiß noch nichts. Hört ihr die Musik? Deutsche Schlager, das nehmen wir eins, wenn wir mal putzen, hört sich gut an. Er lacht, er hat schon entdeckt. Einen Moment, sag mal, er soll Gute Morgen sagen. So Schatzle, sag mal Gute Morgen. Ich mache gerade ein kleines Video. Ja, trotz Rückenleiden, ja, ist er sehr fleißig am Arbeiten, gell Schatzle? Ja. Ja. Willst du dir mal Gute Morgen sagen? Nein. Nein? Okay, dann lasse ich dich weiter putzen. Geh du jetzt saugen? Ja, ich geh saugen. So, meine Lieben. So, jetzt mal ein kleiner Einblick. Also, habt euch lieb, genießt das Wochenende. Ja, im Fernsehen laufen deutsche Schlager. Ja, das lieben wir halt, gell? Also, habt ein wunderschönes Wochenende. Tschüss.